Die wollen dich alle. Kultur, Boulevard, alle. Check Unterweger, Literat und erfolgreicher Frauenwerder. Kommst du jetzt zurecht? In der Freiheit. Zeigt sich von ihrer schönsten Seite. Ich glaube nicht, dass sie den Mord an dem Mädchen jemals bereut haben. Ein Hefenpoet in Freiheit verliert schnell seinen Reiz. Die Geschichte ist Ihnen nicht bruttig genug. Wir haben vier Leichen. So wie es ausschaut, werden zwei weitere Frauen vermisst. War Herr Unterweger Ihnen gegenüber je gewalttätig? War er ungewöhnliche sexuelle Neigungen? Er hat mich nie zu irgendetwas gezwungen. Schraubt man über mich? Man hält sie für schwulig. Du glaubst auch, dass an den Geschichten was dran ist. Und? Ist was dran? Ja, na einmal Mörder, immer Mörder. Wie? Wie? Ich weiß nicht. Klappst du mir?